Ja, guten Tag, meine lieben Mitmenschen. Das ist Donnerstag, der 20. Juli, der Gedenktag der heiligen Margareta. Die Margarete in Rotenbach, die feiert heute den Namenstag. Und ich denke herzlich an dich und die anderen, die heute am Tag dieser liebenswürdigen heiligen Namenstag haben, den gratuliere ich auch. Und hier, was ich so langsam vor Ihnen Revue passieren, ist wirklich so schön, dass es einem ans Herz greift. In Südfrankreich, in den Seealpen, so eine Dreiviertelstunde von der Côte d'Azur entfernt, da darf ich durch Gottes Güte und die Großzügigkeit meiner lieben Gastgeber wieder sein. Und ich denke auch hier an Sie und nehme Sie sozusagen hierher mit. Und lese Ihnen Gottes Wort vor und lege es Ihnen auch aus. Süß wie Wein soll es in Ihren Ohren und in Ihren Herzen werden. Die Trauben dafür hängen hier schon von der Pergola herunter. Ja, und wie guter Wein, wo Süßes und Saures, Fruchtiges und Mineralisches in einer Balance sind, so ist das auch mit dem Evangelium heute ganz kurz, aber voller Strahlkraft. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Allen Ihnen und mir auch gönne ich die Erquickung, die ein gekühltes Getränk bietet. Aber es ist halt so, kaum hat man es drinnen und unten, tritt es als Schweißperle schon wieder auf die Stirn und ist weg. Und das, was Jesus hier bietet, das ist wirklich nachhaltig, das reicht für ein Leben, diese Erquickung. Sie besteht darin, das nach seinem Vorbild und mit seiner Geisteskraft und in seiner Gesinnung aufzunehmen und durchzutragen, was uns mit uns selber aufgegeben ist, mit der Last, die wir uns schon auch oft selber bedeuten, mit der Mühe, die uns die Arbeit macht, auch die Beziehungsarbeit in den Familien und Partnerschaften, im Beruf, in Gesundheit und Krankheit, in der langen Dauer des Lebens oder in den Ereignissen, die es je verkürzen, all das, was unser Leben ausmacht, dass wir das annehmen und aufnehmen. Und, soweit wir nur irgend können, mit hellen Augen und guten Herzen nach den Lasten schauen, die zu tragen, wir anderen behilflich sein können. Das tut Jesus. Er hat unsere Lasten im Blick. Und wenn wir uns mit ihm in eine Reihe stellen, mit ihm in die Welt schauen, mit ihm auf andere Menschen schauen, dann können wir uns dieses Joch auflegen lassen, das er süß nennt und nicht schlimm. Ein Joch ist eine Tragevorrichtung, um Lasten richtig zu verteilen und sie tragbar und erträglich zu machen, auch wenn sie sehr schwer sind und lange getragen werden müssen. Und vielleicht dürfte ich sagen, das Joch, das ich Jesus selber tragen sehe und das er uns anmessen könnte, das ist wohl Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Die Liebe unter Ihnen das Größte, aber heute will ich Ihnen auch die Hoffnung ans Herz legen, Hoffnung für andere Menschen, auch wenn sie uns durch ihr Sein und ihr Verhalten nicht viel Grund dafür zu geben scheinen. Aber wie Gott mit einer immergrünen Hoffnung für sie hoffen, dass es mit ihnen noch gut wird, das ist lebensrettend. Leben hier und Leben in Ewigkeit. Gott schenke Ihnen diese Erquickung und er segne und böte Sie alle.